Ja! Mehr kannst du auch nicht... Oh der wollte auch schreien... Kein Problem Morjikaiser ist Nummer uno Venter? Ich trau mich was, ne? Na, ich geh mal in den Busch da rein. Und gegrabt. Da ist keiner drin. Nein! Doch, scheiße. Da waren es gerade eben nicht. Jetzt sind sie alle drin. Scheiße, die haben alles da und Blitzcrank. Ja, und Viagra und Riven und Sign. Die haben jeder einen Stun. Wenn irgendwer irgendwie gestunnt wird, ist er tot. Magiere sich schon, ne? Guck mal, wie Tanki die alle gebaut haben, jetzt schon. Der hat gerade gegrabt, ne? Der hat schon gegrabt, ja. Der hat 71 AD. So, ich hinsetze, jetzt kann es ziemlich gefährlich werden. Vorsicht, wer gegrabt wird, keine Ulti. Also, Vorsicht. Am Ende werde ich bloß noch alleine mit Ulti dastehen. Und ich werde meine Ulti... Ja, ich werde meine Ulti gar nicht skillen, so einfach ist das. Ja, Dark kann seine Ulti dann einfach aufs Safecast legen. Die anderen sind sowieso nicht der. Oh, yeah. Auf den Blitz! Was? Oh Gott. Ja! Lol. Ja? Was war das? Was denn? Ist was? Gib mal auf der Alistar! Oder so. Warte, ich muss warten, bis ich stehlen kann. Ja, okay. GG. Das ist... Das ist ein Win. Na ja... Was war das mit dem Grapp'n? Ja. Oh, so keine Ulti. Ankarot darf das. Der kriegt immer ne Ulti von mir. Ihr wisst halt nur nicht, wer das ist. Nein, das ist keiner, den ihr kennt. Das ist bestimmt Tristan. Das ist bestimmt ein... Ich hab doch mal gesagt, das ist keiner, den ihr kennt. Warum ratet ihr dann? Ja, das ist eh ne Reader-Kumpel von denen, den du in den LOL-Let's-Plays da hast. Mit was ich mache? Hä? Den du in den LOL-Let's-Plays da mal. Uuuuh, stell doch noch schneller. Immer schön zu... Oh, warum ist er nicht zu Weiger gelaufen? Warum werd ich von Minions angegriffen? Das ist doch voll die Verarsche. Ey! Das war mein Minion. Alle zu mir, hier! Willkommen! Boah, 80! 80! Ich bin... Ich bin Richie! Boah! Guten Tag, du bist gequempt! Ah! Nein, 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 nein! Holt ihm! Holt ihm! Aha! Was, wie EP-Round hast du eigentlich? Ich hab Silien erstmal. Ja. Weiß nicht, ob ich XP-Mastries drin habe. Das sind halt vorgefertigte. Ne, du hast doch deine Passiv. Ja, aber den kriegt der auch. Bestimmt. Außerdem hab ich ja neben kein Team und mal zwei, drei Level Vorsprung zu euch. Deswegen, deswegen frage ich ja auch immer. Ich weiß das selber nicht. Aber ich glaube bei dem letzten habt ihr wirklich alle ein bisschen geleached. Ja. Bei den letzten, was so lange ging. Was so lange ging? Ja, nach 20 Minuten dann ist eh immer getrolle. Nein, ja deswegen ja. Aber das war es deshalb... Alter, hat der bald mal... So gut, der hat dann schon Headbuff gemacht. Die waren alle dicht, Dark. Der hat Ulti durch. Gebaited! Das kann es. Ja. Okay, jetzt mein Dile. Der ist doch das. Los! Töte ihn, Ali! Töte ihn! Töte deinen Team-Mate. Die sind auch schlimm und gut wie gut. Das ist die Idee. Das ist ein AD-Sign, wirklich. Das ist nur eine sehr sinnvoll. Aua. Ich muss sagen, Mordekast auf dieser Map ist echt geil. Gefällt mir. Gefällt mir, fast in den Grab reingelaufen. Gewinnen wir das Game? Ja. Also, ohne zu sterben? Nein, das schaffen wir nicht. Ach, komm schon. Dafür haben sie zu viele Stunts und alles. Dafür hat man ulti zu viel cooldown. Als dass ich euch alle wiederbeleben könnte. Naja, Blitzkängs Hande... Wieso, da ist schon verkackt? Ja, der hätte es am besten nicht sagen sollen. Ja. Es gab auch so eine Giant Funny Stage, da musste man... Er hieß Spartaner. Juuu, der hat gerade zwei Zahlen über sich gehabt. Ja, immer schön bei denen. Ich dachte, das geht nicht. Was? Dass man zwei Bombengleichs nicht hat. Hat er ja nicht gehabt. Aber er hat sein Schild gehabt und seine Bombe. Ach so, ja. 30 Sekunden ist ulti wieder ready. Ja, den sieht man. Ich habe Nilshain als Gegner gehabt. Also noch nicht so häufig. Niuuu. Da liegt so ein Alistar drin. Ich habe letztes Mal ein Abo-Bad von Dark als erstes Mal gespielt. Und habe ich direkt mit dir gespielt. Was hast du da gespielt? Woher grabt der Blitzcrank denn hin? Wieso kriege ich da ein Assist für? Niuuu, doch mal in den Zahn reinlaufen. So, ulti ready. Kann sein. So ist ein Bugbeam. So ist ein Bugbeam. Loil, Apuron. Der Weiger? Oh. Hups. Was haben die? Ja, mein Weiger habe ich gerade gemerkt. Oh stimmt. Achso, die. Der Weiger ist shit. Aber er ist ja nichts neues. Der Weiger hat's destroyed a Turret. Ja. Los. Ignoriert euren Inhibitor. Tötet meine Illusionen. Ja, immer schön angreifen. Genau so muss es sein. Wir waren ein paar dabei, die kurz nicht unterlassen. Der arme Cock. Der arme Cock. Okay. Okay. Zu für den Punkt. Ich bin tot. Oh mein Gott. Hab ihn. Alter, aber gerade mal mein dritter Kill. Das ist Venter. Das ist jetzt sowas wie Swag. Venter heißt der eine Typ. Ne. Vielleicht der Spitzname von der Typ. Ach, das ist ja. Oh, wie sie Damage fressen. Ich kann Damage machen. Okay, der ist dort auch schon. Ich kenne einen Typen in LOL, der skilled immer. Der hat drei Pilze aufeinander gelegt. Holy shit. No, I'm real. Ja. Ein Grab ist tot. Ja. Das ist so recht. Ich will nicht sterben. Ich versuche eine Runde lang nicht zu sterben. Schaffst du eh nicht. Vor allem du nicht. Doch, ich schaff das. Oh, der wurde schon fast so wieder gelegt. Was heißt hier vor allem du nicht? Vor allem du nicht halt. Ja, ja. Das dachte ich mir, wenn es vor allem du nicht heißt. LoL. Ach doch. Du bist tot. Du bist so tot. Ja. Hier. Nimm mal ein Schild. Okay, danke. Ich bin ein Superschild. Ja, ja. Es geht in den Nahkampf. Los. Alter, der Alistar hat 137 Amor. Der will sich den Frotzen hart kaufen. Weil wir so viel DPS haben. Ja. Na gut. Den haben wir sogar wirklich. Haben wir nicht wirklich. 2D-Curis. Wir machen mehr Damage. Wesentlich. Ja, guck mal wieder auf Adi. Okay. So. Guck mal zu Hybrid-Dingens. Free, rein line. Ich hab ne Ulti. Nur für dich. Was? Da ist Kai. Es wurde gestunt. Ja, hast du Zeit. Quadra-Kill. Nein, schon geäst. Unter 10 Minuten schaffen wir. Unter 9 Minuten. Schaffen wir unter 9 Minuten? Los. Challenge. Challenge. Unter 9 Minuten. Unter 845. Oh. 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 Go. 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 Oh. Innie. Oh. Oh. Eier. No. Oh. Oh. Weißt äh, ist der Cock noch gestorben. So wie lange äh, äh hat das jetzt gedauert? 8 Minuten irgendwas. 8 Minuten. 50 oder so. Ja, geschafft. Und dann 9 Minuten. Ich glaub das ist persönliche Bestzeit glaub ich. Ich weiß ja nicht genau. Das Game. So, die hat noch eigentlich voll die Gu...